Ausfallschritte Drops. Bei der Übung stellst du dich einfach gerade hin und lässt dich dann nach unten fallen und fängst dein Körpergewicht in einer Ausfallschrittposition ab. Das wird deine Beinmuskulatur durch den Schwung, der da erzeugt wird, ordentlich überlasten. Sobald du in der unteren Position bist, mach so wie die Athleten und halte die Position für 1-2 Sekunden, bevor du wieder in die Ausgangsposition zurückkehrst. Untertitelung des ZDF, 2020